Ah, Karl! Hey, Rex! Leave me alone! That's the train! We were right! Hurry! We're coming to catch it! The Rex! Oh! Irgendwie ist Nachtsicht dies hier? Das ist doch nicht so das Wahre. Was haben die für komische Wagen? Oh! Kein Ding! Juhu! Hä? Achso. Hä? Bin ich tot? LOL Aber wie? Dann wollen wir übersteuert mein Mikrofon so. Alter! Ich darf nicht so schreien. Wenn ich schreien will muss ich ein bisschen lauter machen. Äh? Wenn ich schreien will muss ich ein bisschen lauter machen. Ich muss ihn ein bisschen leiser machen. Wir kommen zu ihm! Direkt! Der Fahrer ist tot. Hallo! Das heißt ihr müsst evaku... evakuieren... äh... Explodieren. Irgendwas. Irgendwas in der Richtung. Aber hat keinen Granatwerfer? Oder mit was hat der da gerade geschossen? Feuer! Ich glaube die Waffe ist da schon besser geeignet. Geh auf, Artyom! Komm schon! Wir können uns nicht von dem Moment nehmen! Okay. Der Fahrer ist schneller. Hier ist er! Hier ist das Problem, Artyom. Wir kommen mit dem Flugzeug und du überraschst. Es gibt keinen anderen Weg um ihn zu stoppen! Super Plan! Die Waffe! Die Waffe! Die Waffe! Wir machen das! Hör auf, Artyom! Wir nehmen den weg. Oh oh! Feuer! Es ist jetzt nur noch ein paar Gegner vor die Nase. Jetzt sind sie nur noch ein paar Gegner vor die Nase. Zumindest feuern die nicht so völlig wahnsinnig. Die Waffe! Die Waffe! Die Waffe! Die Waffe! Die Waffe! Sie kommen mit den Karten und die Hände in der Hände! Sie kommen mit den Karten, dann schrauben sie mich an. Ich werde den Weg mit den Karten! Ich werde den Weg zu gehen! Gehen, gehen! Ich habe gerade einen Medikit genommen und... Ah, kommt mir aus. Juhu! Ich habe gar keine richtige Waffe und Kaaaan! Na, tolle Unterschützung Oh Sieht aber Doch, das sieht ganz nice aus Uncharted 2 hier Uncharted 2 konnte das Auf eine andere Weise doch irgendwie besser Alter, aber das sieht visuell doch besser aus Die stecken jetzt plötzlich so mega viel ein Von einer Deckung in die Nee, ist der Holy shit Na komm, stirb Da sitzt da noch einer oder ist das einfach nur so ein Licht Das ist einfach nur so ein Licht Ah, ich darf nicht vergessen nach den Waffen zu gucken Vielleicht ist hier was Nettes dabei für mich Alter Schwede Halt die Schnotz, Arschloch Was ist das? Ist auch nur eine Saiga, so wie es aussieht Ist auch nur eine AK Was habt ihr alle nur so langweilige Waffen Was für langweilige Waffen Was für langweilige Waffe ist das noch so Oh Wo feuert der? Okay, von da Schlechte Deckung Geht so Ist jetzt aber irgendwie nicht so Abwechslungsreich hier Kämpfe durch den Zug Gut, ist mal kurz ganz nett Aber jetzt so auf Dauer Sollte jetzt mal bald vorbei sein Das ist nicht wirklich eine Herausforderung Man kennt das halt schon aus Diverse andere Spiele Alter Oh, was ist das für ein Tank Alter Shit Bist du schon tot? Ich wollte gerade mal die dicke Wumme rausholen Hey Ordentlich Ärger machen Jetzt mal mal mit Strom Nicht zu vergessen So Ach, die Waffe wollte ich jetzt auch nicht Käfige? Oh, shit Ei, ei, ei Eventleist Hey Wir kennen uns noch nicht Aber Ich such nach dir Oh mein Gott Noch ein Drogentrip Okay Wie nett Was hat der für komische Füße Der chillt jetzt ein bisschen mit uns So ein bisschen pedo mäßig Mom Mama Mama Artyom Darlin Du bist so groß Mom Ich bin schmerzt Wie spricht sie, um die Mund zu bewegen? Es ist nichts, was mich jetzt Angst hat Abgesehen von der Atombombe Geh nicht, Mom Ich bin jetzt alle alleine Du bist nicht alleine Oh, der kann sprechen Der erste Wir haben dich erinnern und wir sind wundern Wir können alle Gedanken unserer Runde Und du hast alle Und jetzt bin ich alleine Oh Das ist wohl nicht so nett Toll, ich habe ihn kaputt gemacht Was soll man denn mit einem einzeln? Der kann sich eh nicht reproduzieren Wo sich jetzt dieses Wabbelding Durch mehrere Tunnel schleppen Das wäre nicht so geil Als Begleiter wäre der wahrscheinlich sogar praktisch Aber als Schleppobjekt Ich werde ihn nicht töten Und während ich жив bin und mein Herz schlägt Ich werde ihn protektieren Kahn sagt, wir werden ihn nutzen, um die Krieg zu stoppen Ja, er kann mir Erinnerungen machen Aber ich will ihn nicht nutzen Seine Krieg war vorbei, als ich die Missile in seinem Haus Oh, der war auch gar nicht fertig Aber, ja Äh, na, supi Okay Bet, bet Neue Gasmaske Oh, wie schön Freie Sicht Äh Was ist das für ein flatterer Mann? Hier draußen brauche ich eine dickere Waffe Ich höre sie doch schon wieder Die blöden Bastarde Da kommen sie doch schon wieder Ach, nee Äh Wir sind so böse Kommt halt her Na, traust dich nicht Feindliegen Da wird es nicht lang gehen Da wird es auch nicht lang gehen Da wird es auch nicht lang gehen Und da Gibt es eine Munition Vorwärtsrolle Und Tod Alter Das Gestapfe Geht mir schon auf die Nerven Alter Ich kann gedrückt lassen Der zieht voll durch Oh, yeah, bitch Oh Hab ich doch gesagt Dass der ganz hilfreich sein wird Das hätte ich auch schon vorher gerne gehabt Aua Ich weiß nicht, ob ich nachladen muss Aber ich tue es jetzt mal Vorsichtshalber Da ist auch noch einer Au, 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 au Was lauert der Typ Ich hätte die auch ohne nicht fertig gemacht So ist er nicht Oh Du und die anderen Menschen sind stark Du kannst niemanden Ich komme mit dir Eine Sache, die du weißt Ich brauche Ich habe es Ich habe noch nicht Ich verstehe es noch Es ist etwas wichtiges Ähm, äh, durch das Wasser Oder Oh Bin ich jetzt durch Oder Nicht Nee Ach, dann geht es wahrscheinlich da lang Au, 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 au Äh, oh Habe ich gerade meine Gasmaske abgenommen Hm Ähm Warum habe ich keine Gasmaske mehr Was, Gasmaske, Gasmaske Hallo, Gasmaske aufsetzen Hat der mich nicht vom Gesicht geschlagen Das wäre mega scheiße Oh Oh Ihr wollt Ärger Okay Alles safe Was leuchtet das Ich will das Ich will das Ich will das Ich will das Was ist es Es ist, äh, nichts Ich will das Ich will das Ich will das Ich will das Ich will wahrscheinlich wirklich kein schlechtes Essen Ich will wahrscheinlich Kein schlechtes Essen You all wear clothes I want to Like you Nee Das gibt's nicht Kleidung kostet extra Was haben wir hier denn? Filter Gesocks Arschloch Na du auch Ja Na hier war der nicht sehr angloss lustig Sonst gibt's hier nix schönes? Nö Das sieht irgendwie seltsam aus Ach, das ist so'n So'n Flugviech Tot Naja gut Aber konnte man sich mal so'n bisschen aus der Nähe angucken Geht's denn hier jetzt Hin Weiterhin nach Polis Oder wat Maul Die sind echt keine Herausforderung Diese Viecher Die stecken erstaunlich wenig ein Filter vielleicht Ah ja, sehr gut Nicht von der Soundkulisse beeindrucken lassen Einfach weitergehen 90 Schuss Alter Au Oh Du hast mich erschreckt Arschloch Alter Von hinten Das geht dir aber gar nicht klar Was machen sie ja Eigentlich nicht Also es kommt echt selten vor Dass mal einer von hinten einfach kommt Hier geht's wahrscheinlich Weiter Da geht's auch nicht hoch Also muss ich hier wohl weiter Knorre, Knorre, Knorre Oh Flatter Motze Ich hab keine Lust die abzuknallen Nicht ehrlich bin Das sieht aber auch echt schön aus Schön apokalyptisch Quasi Das liegt in hier Ha Herzlichen Glückwunsch Vielleicht adoptier ich dich Vielleicht auch nicht Warum liegen hier eigentlich Skelette Und zwar so richtig schön sauber gestrassene Skelette Ich bin seltsam Eieieiei Ähm Naja das war glaube ich nicht so gut Eieieieie Eisdecke Oh Ähm Bin ich jetzt wieder da wo ich war oder Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal